Hallo ihr Lieben, hier ist wieder euer TikTok-Fahrlehrer und ich muss mal wieder Danke, Danke, Danke sagen und zwar für 24.000 Follower. Ja, 24.000 Follower sind es jetzt geworden und ja, der eine oder andere sagt, Mensch, 24.000, das ist ja nicht viel bei TikTok, aber für mich ist das viel, weil die 24.000, das seid ihr, meine besonderen Follower und dafür möchte ich mich danken. Es geht weiter, ab nächster Woche geht es wieder los, dann werden wieder viele, viele Videos hier bei TikTok reingesetzt und natürlich die legendäre Fahrlehrersprechstunde, meistens immer dreimal pro Woche, 19 Uhr hier auf diesem Kanal und da könnt ihr Tipps und Tricks kriegen in Sachen Führerschein und der TikTok-Fahrlehrer beantwortet euch die ein oder andere Frage. Vielleicht habt ihr ja ein Problemchen mit dem Fahrlehrer oder mit der Fahrlehrerin oder mit der ganzen Fahrschule. Einfach mal reinkommen, erzählt mal, wie es euch ergeht in den Fahrschulen und vielleicht kann ich da so ein bisschen helfen. Also, wir sehen uns und nochmal Danke, Danke, Danke für die ganzen Follower und erzählt es weiter, dass es noch mehr Follower werden und ich freue mich, wir sehen uns, euer TikTok-Fahrlehrer. Das war's, das war's, das war's.